Wow, das ist für jeden ein Highlight. Ich glaube, über Einstellungen müssen wir da nicht reden. Wer da nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, was der hier verloren hat. Das wird für alle ein Highlight, für die Universe, für die Pirates. Das wird etwas Besonderes. Also, für mich ist es etwas ganz Besonderes. Ich habe im alten Waldschal noch gespielt. Ich habe leider nicht das Vergnügen gehabt, in der Commerzbank zu spielen. Aber jetzt habe ich die Commerzbank-Arena vor Augen und ich hoffe, dass wir da den Sieg heimfahren. Du weißt, was nächste Woche ist? Ja, wir kommen nach Hause. Was wird das für dich? Ich denke mal wahrscheinlich mit einem der besten Momente meines Lebens. Was glaubst du, wird es die Mannschaft packen, nicht zu aufgeregt zu sein? Weil das ist ja schon wahrscheinlich ein besonderes Erlebnis für jeden dieser Spieler. Ja, ich denke schon. Die Commerzbank-Arena ist natürlich irgendwo schon eine Ehre drin zu spielen. Vor allem als kleines Football-Team, Zweitliga in Deutschland. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und ich möchte mich an der Stelle auch im Namen des Teams nochmal für alle bedanken, die das möglich gemacht haben. Oder allen danken, die das möglich gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir zu nervös sein werden, weil ich meine, das ist jetzt nicht so, dass die Hütte voll sein wird. Aber ich hoffe, dass viele Leute da sein werden. Ich denke, es wird sich lohnen. Wir haben wieder Orange-Purple in der Commerzbank-Arena. Und ja, wir kommen nach Hause. Wir wünschen dir und dem Team viel Glück für das nächste Spiel. Alles Gute. Dankeschön. Wir wünschen dir und beim Rothschволen. Divo, nicht abgeholt. ich ihr nicht abgeholt. Ich wäre doch hier bei Ihnen um kündelen gehen aus. Vielen Dank.